Ich habe einen Wolf gesehen am Park. Keine Ahnung, wie der da hingekommen ist. Vielleicht kannst du es zu meiner Untervermietung. Komm uns doch mal besuchen. Ja, mache ich. Dieser ganze Kunststoff hier, der nimmt den Sauerstoff aus der Luft. Ich habe jemanden kennengelernt. Was macht ihr so? Nicht, außer gut aussehen. Sie sind einfach durcheinander, das ist alles. Atmen Sie einfach ein und wieder aus. Los, einatmen. Und wieder ausatmen. Gut, geht doch. Nein! Sie werden es sehen, ein paar Wochen. Und sie sind wieder ganz die Alte. Ich will aber gar nicht mehr so sein, wie ich war.